Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Ja, unser Zeitplan sieht so aus, dass wir mit einer kleinen Vorstellungsrunde anfangen Anschließend lernt ihr, wie man sich die Hände gibt, wie man miteinander redet Und wie man ein bisschen Körperkontakt aufbaut Le Mau, dies ist ein geheimer Port von den Ex-Menschen, um Anschläge zu organisieren Le Mau steht nämlich für Lass mal Anschlag organisieren Sind Sie es nicht auch leid, Tag für Tag arbeiten zu gehen, die Wohnung zu putzen und sich hässlich zu fühlen? Ich hab mein Helm geupgradet, der empfängt jetzt auch 5G Ich hab meine Helm geupgradet, der aufbaut, was ich denn gleich war und ich hab meine Helm geupgradet,